Untertitelung des ZDF, 2020 vom 1. April bis Ende November und kostet in der Printversion 360 Euro, in der digitalen Variante 280 Euro. Der Preis ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Scheng, der auf dem Hof der Familie Kohlwestepp gedeckt, ist erstmals Vater geworden. Unter der Woche brachte die Camelot-Tochter Video Diva ein Hengstwohlen zur Welt. Züchter ist Schengs langjähriger Trainer Pawel Wovchenko, der den Hengst 2016 zum Sieg im Sparkasse Holstein Cup der Gruppe 3 sattelte.